Die Nähe ist für mich ganz, ganz liebes. Letzten Endes ist es tatsächlich nur Freude. Schon bei der ersten Stunde habe ich Freude gespürt und dann habe ich gedacht, aber es ist nicht nur die Freude am Ende, die man erwartet oder erlebt, sondern die Verbindung zwischen Musik, zwischen Menschen, zwischen deinem Ehren und deinem Äußeren. Und auch mit anderen Teilnehmern. Es gibt eine bestimmte Verdünnung, die jedes Mal anders ist. Und das ist sowas von, ja, es ist nie gleich. Und es ist wunderschön, dass sie es spüren, dass sie irgendwie irgendwie, ne, das war hier. Finde ich super.